Ich war bis jetzt noch nicht an einen Ort, äh, äh, doppelt. Nicht doppelt. Ich war noch... Hier ist eine Tür. Ich war noch nicht an einen... Oh, Alter! Hast du mich erschossen, du... Hast du mich erschossen, du blöde Sau? Diebeschuss! Gut, wir wissen auf jeden Fall, dass du aufpassen musst. Das hätte ich da sagen können, oder? Ja, warte mal. Ich weiß nicht, ob man dich wieder reinholen kann. Das war mir hier mal Bordfuss. Das ist so fängig, doch alles. Da muss ich den Leg mal oben, den Spinner. Oh, oh. 16. Da muss ich den Legen lassen. Ah, ah. Scheiße. Da kommen wir jetzt aber gleichzeitig wahrscheinlich rein. Mist. Alter, wenn der mich jetzt umlegt, Alter, mein ganzes Loot, Alter. Ich muss 24 Minuten warten, da die Scheiße wieder da ist. Wenn das nicht raus, Huck. Oh, ich bin dritter. Oh ja, wer ist denn das? Wirkt geil. Ah, das ist schick scheiße. Das ist... Das ist... Er hat genau die gleichen Gedanken gehabt. Fuck you! Nein! Oh, du hast... Oh, wie sagst du so ne gute Knochen? Ist so ein shit? Weil ich Nazi bin, Junge, begreifst du's nicht? Der Kumpel steht noch, wollen wir hoch machen? Ich brauch dich... Dieser scheiß... Dieser scheiß russen Pass hat... Also, ich zeige euch, wie der seht, Jungs. Also irgendwo da vorne links muss das sein. Ja, der ist oben, der ist oben. Alter, was machst du? Ja, einen hab ich, einen hab ich, da ist auch noch einer. Ja, klar. Ja, den müsste der Beine auserschießen, wenn du Scheiß-Money hast. Bist du noch da oder bist du schon weg? Ich würde sagen, ich habe ihn gebeten. Hast du, glaube ich, gekriegt. Oh, oh. Was, Martin? Ich wollte gerade so, oh, oh sagen, weil ich... Psch, 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 es kommt jeder. Ja, komm, du! Ich bin das! Ich bin das! Oh, oh, scheiße! Scheiße! Ich hab's doch schlecht! Ich hab's doch schon gesagt! Ich bin das! Ich fick dich trotzdem durch jetzt! Oh, Mann! Du hast Besuch! Hasten, ich bin hier an der Tür, ne? Oh, 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 oh! Sind's wehe? Ich kämp'n mal ab, ja. Die machen wir geil, die ohne. Ja, aber passt auf an den Sniperhügel, das ist scheiße. Weil das... Danke, Junge! Ne, ist ne bekannte Stelle. Danke! Ja, da ist dann... Ja, ich hab' mir auf jeden Fall gehittet. Ich bin hiermit, dass du... Wer rennt jetzt? Wer rennt? Ich, 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 ich. Ich hab' jetzt 100 Meter eingestellt. Es waren aber 200, hat Felix letztens gesagt. Ich hab' 200, das ist eigentlich nicht fertig. Jetzt sehen seine SR 58. Schöne 50-Schuss-Trommel dran. Super. Das ist gut. Das sag' ich an den Spieler. Schönen Dank, du Arsch! Der ist gut, Alter. Der ist gut. Der ist schon noch nicht angenommen. Hab' ich vielleicht schon gemacht? Auf jeden Fall. Wir müssen schon zuerst übernehmen, Rom. Ja, hopp' den auf den Scheißhaus! Bist du tot? Ja, ich hab' den zu spät gesehen, Alter. Ich geh' nochmal zurück. Leicht ins Heißhaus. Ganz hinten, ganz hinten links, ganz hinten links, wo ihr... Was hast'n du gefressen? Eskaya, oder wie die hießen? Was? Eskaya. Ja, romische Bongbongs, was weiß ich. Ach, den Scha... Emilia meinst du, oder wie die hießen? Nee, Eskaya. Eskaya. Ja, ne halbe Minute noch. Na, wie sah denn das Ding aus? Warbe? Ja, war ne bunte, ne bunte Tüte, ne blauliche. Also, die Emilia. Ne, das war ne Eskaya, stand dran. Okay. Da war's ne Eskaya. Keine Ahnung, was ist das?